Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Veronika, der Lenz ist, da die Mädchen sind Kann sie nur noch um Tage handeln, dann spricht kein Mensch mehr von den Revellis, sondern nur noch von, von Sie sind in der Rundfunktermine Moment, da muss ich erst mal nachschauen Also das wäre noch zu machen Warum bleiben wir nicht einfach hier? Mensch, stellt euch das mal vor, endlich wieder frei arbeiten. Frei? Was ist das? Was meinst du, mit welcher Freude Herr Julius Streicher Leute wie mich in ein Arbeitslager stecken würde? Arbeitslager. Du leidest an Verfolgungswahn. Du Häufler. Und wegen Überlegung, ob wir uns trennen sollen. Schloss mit dem weibischen Gedudeln. Was bist du für ein mieses Schwein? Einfach brieflich die Scheidung einzureichen. Verfolgungswahn? Na komm, sag das nochmal! Verfolgungswahn! Keine Macht der Welt kann mich zwingen, in diesem Land noch einmal aufzutreten. Roman, bitte! Hörst du das? Das ist unser Publikum. Komedian Harmonis Ben Becker Heino Ferch Ulrich Nöten Heinrich Scharfmeister Max Diedorf Kai Wiesinger sowie Merit Becker Katja Riemann Dana Ravrova Otto Sander Günter Lamprecht und Rolf Hoppe in einem Film von Josef Vilsmeier Eine Legende kehrt zurück Komedian Harmonis Komedian Harmonis Komedian Harmonis Torren! Auf Wiedersehen! Auf Wiedersehen! Auf Wiedersehen! Auf Wiedersehen! Auf Wiedersehen! Auf Wiedersehen! Auf Wiedersehen!